Wir sind jetzt hier bei der Wedelhütte angekommen. Mal gucken, ob Make-up stimmt noch. Ja, also Wedelhütte kann ich nur empfehlen. Du hast doch gar nicht drinnen. Doch, heute Mittag haben wir gegessen. Es hat voll gut geschmeckt. Ja, es hat voll gut geschmeckt. Ja, es hat voll gut geschmeckt. Musik Musik Musik